Hallo, wir sind es wieder vom Autohaus Burmeister aus Parchim. Mein Name ist Jan Stratmann und ich will euch heute den neuen Einkommenden hier vorstellen, der frisch reingekommen ist, der Ford Edge in der Sportausführung. Ein Auto, was viele Highlights hat. Es ist vom Baujahr Juni 2017 mit 31.000 Kilometer gelaufen, hat LED-Scheinwerfer, hat das LED-Tagfahrlicht, adaptive Scheinwerfer, hat wunderschöne 20 Zoll Alufelgen. Das Auto ist in einer wunderschönen Farbe rot zu sehen, also schickes Design, dunkel, die Felgen ein bisschen, passt sehr schön zusammen. Ein großer SUV, wie gesagt mit einem 2 Liter Dieselmotor mit 209 PS, also einer sehr guten Maschine, damit man auch ordentlich sportlich unterwegs sein kann. Er hat eine Rückfahrkammer, hat vorne und hinten Parksensoren, dass es auch für ein größeres Auto für jeden Kunden bequem ist, ein- und auszuparken, so dass es keine Schwierigkeiten geben sollte. Er hat eine elektrische Heckklappe, da können wir gleich mal reingucken in den Kofferraum, also der ist sehr groß und wir sehen gerade die Klappe geht nicht auf. Wieso? Dann gucken wir hinten mal in den Kofferraum rein. Ihr seht, elektrische Heckklappe, einmal klicken und schon geht es auf und wenn wir hier einmal reinschauen, wunderschöner großer Kofferraum, man kriegt genug Gepäckstücke rein, wenn man in den Urlaub fahren will und alles, was man zum täglichen Leben braucht, sag ich mal, wenn man einmal kurz in den Kofferraum fährt, das sowieso. Machen wir hier einmal zu. Ihr seht, schöne Beleuchtung, Rückleuchten und dann wollen wir einmal reingehen ins Auto, um uns die anderen Highlights einmal anzugucken. Ich mache einmal die Tür rauf, kommt mit rein und wir schauen drinnen rein. So, jetzt sind wir drinnen im Auto und ihr seht, eine große schöne Übersicht, alles sehr schön gehalten. Automatikgetriebe, wie gesagt, ist selbstverständlich. Wir haben schlüssellose Starten, wir haben einen Lichtsensor, wir haben Navi, wir haben Verkehrsschilderkennung, wir haben das automatische Ein- und Ausparken, aber bitte immer daran denken, Gas und Bremse sind in der Verantwortung vom Fahrer, aber wie gesagt, das Lenkrad dreht alleine. Besonderes Highlight bei dem Auto ist, der hat von Ford noch eine verlängerte Garantie, also sieben Jahre ab Erstzulassung, das heißt, sie haben bis Juni 2024 oder 140.000 Kilometer eine Garantie, also dass man wirklich sorglos fahren kann. Bei dem Auto sind Winterräder in 18 Zoll Alu mit dabei und das für einen unschlagbaren Preis. Also wenn euch das Auto interessiert, ihr wollt umsteigen auf ein Ford Edge vom Autohaus Burmeister, meldet euch bei uns, macht eine Probefahrt und ihr werdet begeistert sein vom Auto und freut euch, wenn ihr den mit nach Hause nehmen könnt. Meldet euch, euer Autohaus Burmeister. Bis dann.